Ja, 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 ja. War schön eben. Ja? Ich glaub wunderbar jetzt. Hm. So muss jetzt dahin. Er kommt morgen um, äh, um 11 hierher oder um viertel, äh viertel zwölf spätestens. Und dann fahr ich nochmal mit ihm im Auto mit, ja. Ja, er hat mir gerade versprochen, dass er dann so fährt, wie sie das gehört, naja, dann ist ja gut, kann ich auch einsteigen. Daher glaube ich ihm dann schon. Wie kann man sich spannend auf morgen? Steig nochmal in den sein Auto. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, äh, nicht Quatsch, einen schönen Abend, ja, schönen Feierabend. Äh, und später eine schöne Nacht, ach naja, so weit sind wir ja noch nie, ja. Also, habt alle noch einen schönen Abend, einen schönen Feierabend und so weiter. Lasst es euch gut hier hin. Macht es so wie ich, lasst es euch nicht verarschen. Geil. Okay, ciao.